Hallo Leute und willkommen hier bei mir AppleCat und zu iOS 13 Beta 9, ähm, 13.1 Beta 1. Also da hat Apple mich schon überrascht. Die haben plötzlich statt der Beta 9 von iOS 13 die 13.1 Beta 1 rausgebracht. Sehr ungewöhnlich, denn das gab es noch nie, dass Apple eine Beta, bevor die offiziell dann rausgekommen ist, schon quasi die nächste Beta Version rausbringt. Was da dahinter steckt, da kann man echt nur mutmaßen. Eventuell wollen sie sofort nach Release relativ schnell schon ein Update hinterher schieben und haben dann gleich die nächste Entwicklungsstufe von 13.1 dann angestoßen. Keine Ahnung, wir wissen es nicht wirklich, aber auf jeden Fall, sie ist da, die 13.1 Beta 1 und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, was so dahinter steckt. Ich kann euch jetzt gar nicht genau sagen, wie viel Megabyte das waren, denn ich habe hier auf Installieren gedrückt und irgendwie war es schon vorgeladen, aber ich habe bei anderen gesehen, so zwischen 400 und 500 Megabyte war hier das Ganze groß gewesen, aber was ich ordentlich dazu gewonnen habe, ist an Speicherplatz. Ich hatte vorher 86,53 frei und hinterher 90,09 Gigabyte, also ordentlich was dazu gewonnen, aber viel interessanter ist, was gibt es denn hier jetzt Neues? Und wir starten mal wieder hier mit unserem UI für die Lautstärke, denn da hat sich was geändert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine AirPods mit dem iPhone verbunden habe oder auch ein anderes Bluetooth-Gerät, dann bekomme ich hier ein Icon angezeigt. Und zwar hier in der Lautstärkeanzeige könnt ihr hier wunderbar sehen, dass dort jetzt die AirPods gezeigt werden. Also eine nette, kleine optische Neuerung hier beim Lautstärke-UI. Wenn wir mal hier ins Kontrollzentrum reingehen und ich gehe auch dort mal hier auf die Lautstärke mit dem 3D-Touch, dann haben wir hier eine größere Symbolik. Das heißt hier das Lautstärke-Symbol, das haben sie deutlich vergrößert. Also ich würde mal sagen, so fast doppelt so groß ist das jetzt geworden im Vergleich zur iOS 13 Beta 8. Und natürlich sehe ich auch hier, dass ich aktuell meine AirPods verbunden habe. Gehen wir mal auf den Homescreen und machen einen 3D-Touch hier auf die Einstellungen und werfen nochmal einen Blick hier auf die Icons. Da haben sie ja schon öfters dran rumgeschraubt und speziell hier beim Batterie-Icon, das hat sich geändert. Also das wird jetzt als volle Batterie immer direkt hier angezeigt und ist auch größer und ja einfach lesbarer geworden. Und auch die anderen Symbole haben sie ganz leicht nochmal angepasst. Und zu guter Letzt gehen wir nochmal in die Einstellungen und zwar unter den Punkt Hintergrundbild gehen wir mal da bei die dynamischen Wallpaper. Die kennt ihr ja, das sind die, die sich dann immer hier so im Hintergrund so schön bewegen. Und da gibt es jetzt wieder ein paar neue Wallpaper oder neue alte Wallpaper besser gesagt, nämlich hier unten. Diese farbigen, die hatten sie früher schon gehabt, aber die wurden dann nochmal entfernt in den letzten Versionen, aus welchem Grund auch immer. Auf jeden Fall, die sind zurück und deuten ja vielleicht auf neue Farben hin, die wir mit den neuen iPhones bekommen. Da wird ja sowas gemunkelt, dass dann grün kommen soll und ja, dass man das dann etwas schöner aufeinander abstimmen kann. Auf jeden Fall, die sind wieder mit dabei, zusätzlich zu denen, die wir schon die ganze Zeit hier hatten. Und eine kleine Anpassung im AirDrop-Menü finden wir auch noch. Also wenn ich hier mal auf Teilen gehe und gehe hier auf AirDrop, dann bekomme ich hier die verschiedenen Geräte angezeigt und bekomme hier nicht mehr das Bild angezeigt, das bei meinem iCloud-Account hinterlegt ist, sondern da steht eben das Gerät, mein MacBook Pro in dem Fall, zusammen mit einem entsprechenden Foto dann oder einem Bild von dem Gerät. Und das ist bei den iPhones und so dann ganz genau das Gleiche. So, und das waren erstmal so die Neuerungen, die mir hier aufgefallen sind. Natürlich habe ich wie immer zum Schluss den Geekbench mal laufen lassen mit den Ergebnissen beim iPhone 7, 3.509 und 6.075 und ja, es ist eine Verbesserung im Vergleich zur Beta. Was war es noch? Die Beta 8 von iOS 13.0. Zumindest mal im Single haben wir da ein bisschen zugelegt, ganz ordentlich sogar. Und im Multi minimal verloren. Also es geht mal wieder ein bisschen auf, ein bisschen runter. Insgesamt ist die Performance aber immer noch sehr gut. Das heißt immer noch sehr gut. Die ist tipptopp, also da ruckelt nichts, da stottert nichts. Das geht alles schnell und flüssig vonstatten. Die Apps öffnen schnell. Also man merkt schon, dass hier ist ziemlich bereit, um auf die Massen losgelassen zu werden. iOS 13.1. Ja, also ich bin sehr gespannt, ob es dann da auch noch die 13.1 Beta 2 gibt oder wie das jetzt hier genau weitergehen wird. Allerdings werde ich das euch wahrscheinlich nicht mehr präsentieren können, da ich jetzt in ein paar Tagen mal in Urlaub fahre. Ja, ganz verdienter Urlaub und deswegen werde ich wahrscheinlich die allerletzte Beta hier nicht mit euch zusammen durchgehen können. Aber ja, wir sind dann auf jeden Fall wieder am Start, sobald ich wieder im Lande bin, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, euer MiAppleCat. Macht's gut! Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal,